jetzt wenn er mich schon angreift hier dann dann sollte er auch mit den konsequenzen leben können diesmal noch mal gucken ja das ist richtig hier könnt ihr ein bisschen spulen wenn es zu langweilig wird sonst bleibt dran vielleicht jetzt sehe ich ja noch was spannendes ich hab ein neues handy samsung galaxy s2 finde ich cool darauf kann man schöne sachen drauf machen vielleicht kaufe ich mir ja noch so ein kabel und let's play android games da sind ja auch coole dabei ich habe ja auch eine tv karte mit hdmi also eine hd capture karten das würde ja vom equip her nicht allzu viel kosten ich bräuchte dann nur halt so ich bräuchte dann halt nur rechts oder links dann bräuchte ich halt nur dieses kabel und hdmi kabel das würde ja rechnen das wären 20 euro das ist auch nicht die welt die habe ich glaube ich wohl noch und dann kann ich games davon aufnehmen und ja ich weiß nicht ob ob diese nachfrage überhaupt besteht denn ich weiß nicht dass ich suche jetzt auch nicht hab jetzt noch nie ein android let's play gesehen und so mit irgendwelchen games keine ahnung es gibt ja auch umfangreichere spiele nicht nur solche es gibt ja ich verrecke ja ja hey es geht wieder weiter der zehnte versuch jetzt kommt kein stückchen weiter damit kommt ihr nicht davon doch auf auf und davon ich komme erst wieder wenn die strafe verjährt ist auch von davon so wie gesagt ich könnte mir fürs handy und kabel holen und dann jetzt besser von machen aber es gibt ja auch umfangreichere rollenspiele aber solche klassischen halbe und solche runden strategie runden basierte und spiele und gibt natürlich auch action apg's aber ja und auch grafisch aufwendigere spiele das ist ja das geile der ps1 emulator funktioniert gut da drauf bei den spielen die ich mag auf jeden fall n64 emulator und so die die kann man ja am pc viel besser machen und aufnehmen ist ja aber der ps1 für unterwegs ist schon cool mit bluetooth kann man ja noch ein ps3 controller anschließen das ist ja noch geiler und und ja so ein kram halt habe ich den drachen hier eigentlich schon erledigt nein habe ich nicht deswegen tue ich das jetzt auch eben und komm her im ab 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 hab ich leicht wieder gewichtsprobleme ach dann habe ich gleich wieder gewichtsprobleme schizze Ja, da muss ich jetzt wieder Sachen abschmeißen. Ups. Leichter als gedacht. Muss ich mein Pferd dahin... Ne, das ist gar kein... Oh. Jetzt bekomme ich den Drachensaft. Oh, mein Spiel. Mein Spiel ist gerade hängen geblieben. So, jetzt muss ich wieder in die richtige Richtung reiten. Ist das die richtige? Ja. Es kann sich nur noch um Stunden handeln, bis ich angekommen bin. Unfreiwillig, das Let's Play gestreckt. Ah ja. Hm. Ne. Äh. Ne. Dann gehe ich diesen Weg diesmal. Meine verlorene Höhle hier entdeckt. Wenn ich hier reingehe, verliere ich mein Pferd. Ne. Ne. Darum heißt es verlorene Höhle, weil wenn man reingeht, dann läuft einem das Pferd weg und dann hat man es verloren und so hat die Höhle ihren Namen bekommen. Das ist gar nicht so geheimnisvoll der Name. Ich würde die Fiecher gerne zertreten mit dem Pferd, aber geht nicht. So. Oh. Das ist, glaube ich, ein langer Weg. Sehr, sehr langer Weg. Ne. Hier kann ich hoch. Cool. Praktisch. Ich hoffe, ich begegne hier im Wald. Eis-Trollen und Wald-Eis-Riesen und die mich zerstückeln und was ist denn mit denen hier los? Herr 5. Wie fühlt ihr euch? Ich fürchte, ihr fett in Hand sein. Kämpft mit uns, dann habt ihr etwas zu erzählen. Kommt nach Yawaskra, wenn ihr als Kämpfer etwas auf euch geht. Ja, ist okay. Nach was? Nach was? Ich weiß nicht, ob ihr euch dazu eignet und habe auch keine Zeit, es herauszufinden. Wenn Kodlak für euch stirbt, hätte ich vielleicht Arbeit für euch. Die Gefährten. Die Gefährten. Das ist cool. Die Gefährten in... 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 ich weiß nicht wo. Äh... Quests. Verschiedene Akademie-Von-Winter-Feste. Äh... Verschiedene Akademie-Von-Winter-Feste. Finde mal eine Spichmüll-Avendor. Hier. Wo muss ich hin? Eine Drachen-Feste oder was? Die Gefährten. Die Gefährten. Naja. Dann gehen wir halt weiter. Ich würd mich schon einer Krieger-Gilde gerne anschließen, aber... Aber naja. Keine Zeit. Denn der Weg ist noch lang und beschwerlich. Speichern. Speichern. Das ist glaube ich wichtiger als ich... denke hier in diesem Spiel. Nein! Komm her! Da rückt noch einer rum. Egal, den müssen wir jetzt ignorieren. Geht nicht anders. Der hat ist stark angeschlagen, ey. So, äh... Da ist ein Turm... Äh... Wo ist denn das große Städtchen hier? Moment. Ach! Das ist noch gar nicht... Okay. Dann einfach den Weg hierher. Hinterher. wenn man das mal weg nennen kann man ich weiß es ist total langweilig aber wenn ihr mein pferd dann werde ich böse werde ich richtig böse das hat mich viel gekostet what the fuck okay speichern ich stelle mich euch ich verliere auch mein wegen mein pferd jetzt aber zwei zweien möchte ich nicht unbedingt begegnen ok einem kann ich mich schon stellen komme ich hier schneller durch